schon ein bisschen angst schnibbel die schnapp und hallo und herzlich willkommen zu ihr habt joshi ja schon gehört battlefield 4 multiplayer und ihr wisst bescheid und so und direkt beitreten ich habe dich erschreckt etwas die granate gegen mein gesicht geworfen sah das aus alter warum sterbe ich das kann ja nicht sein ja ich spiel heute nicht versorger ich spiel heute gar nicht genau wie ich auch auf domination genau mit der AC23 heute weil ich noch nie ein leveln keine ahnung und so in dem anderen gebäude ja ich weiß ich bin jetzt fünfmal auf jeden fall eiskalt ja da ist ich weiß habe ich auch schon mal ich auch schon mal gehabt da hat einer am haus gekämpft er ließ sich eigentlich relativ gleich erschießen gegenüber den habe ich getötet nein da liegt so finde das hat aber aus als wäre das ja egal tot ist tot sagen der server da packt irgendwie ein bisschen rum nicht nur eben mit den texturen auch ein bisschen beim games ja das gefühl bist du nicht alleine der schwarze schon mal also der spaß ist schon ein kleines muss ich war ich hatte öfters mal einfach schon den vorteil auf meiner auto da hat er überlebt er mit seinem hello kitty scheiß ich habe bis jetzt keinen einzigen kill keinen einzigen nur semen 4 1 aber ich habe jetzt 4 2 ja ja ich kriege aber trotzdem gerade gar nichts hin loll das bohrt ich bei irgendjemandem wird direkt erschossen oder was hammer ich finde das immer so klasse bei einem squat zu sporen ah wie hat der das denn gemacht mit 27 ich bin ein cheater ich krieg die kugel in die fresse aber sterben tue ich trotzdem nicht ich hasse das ich hasse das mk 11 total einer meiner persönlichen hasswaffen schlechter alter direkt vor die granate weil gerade fast nicht dort wollte ich verrascht da ist einer in der ecke bei der ecke alter als mega kämpfer ich bin hinter dir ich habe ihn gerade getötet paps alter katzen hier alle ab oder was was ist denn da wisse alter dieser mk typ tötet alle ist ja nicht ganz oben oder so ich habe beliebt mich wieder erschossen werden kann ich habe ihn getötet das ist da ich bin wieder tot vom selben das ist paktus wie auch immer da ist er ist drei den hatte ich eigentlich getötet der wurde dann wieder bewegt der direkt wieder leute erschossen ganz ganz viele das immer noch nicht als wenn ich habe drücke werde ich immer noch nicht angezeigt alter tötet die doch mal ihr loppenköpfe äh da unten sind die hilfe boah endlich rächerbonus rache ist schlechter geschmack wollte ich mich verarschen bist einfach umgefallen ich habe dich gesehen ich habe dich einfach umfallen sie so klar ich habe nicht mal was gesehen durch was einfach umgefallen ja von rechts danke alter verpiss ich echt kleines stück homo scheiße du sniper hure ohne witz die spüren meine granate aber nur teammitglied bist geh mir aus dem weg danke hätte ich teamkillen können hätte ich das auch getan ja ist voll lustig weil hier so eine coole ist sehen die mich nicht alter okay jetzt hat er mich gesehen shame on you da stand gerade shame on you Kopfschuss ah ich sehe mich 3 8 ich habe alter ich werde von der seite erschossen what's the fuck alter geil ich bin gemessert alter hier sind so viele irgendwas stimmt hier nicht diese kisten und alles wie das hier aussieht total hässlich das ist der vor mir und kann nicht getötet werden dieser horn cutlitsch der hat auch 32 10 da steht der vor mir ich schieß auf den und passiert nichts zu mir alter ich jetzt klar dass er gegen das server voll dominiert ja ich komme zu dir ja das bist du gar nicht warum konnte ich bei dir nicht spawnen ich konnte nur bei den anderen losern spawnen ey das ist doch scheiße die typen sind doch schlechter wie dreck echt oh ist ja cool der hat sich striche auf seinem kumse alter willst du mich verarschen boah ich spiel jetzt nicht mehr mit der ac ne hab ich gewissen mach kaum kill alter ich bin gerade gespawnt bin schon fast wieder tot das kann einfach nicht sein ich will es jetzt nicht unbedingt der waffe ankreiden ne aber es ist einfach die waffe mach das ich wollte den hier kurz töten der ging mir auf den sack ja das versteht ich habe neue waffe freigeschaltet hinter mir ist noch einer ich sehe den doch bei den häusern sind ganz viele ja ich weiß ich bin unter der flagge unter der flagge dann liegt da noch einer fick dich du kleiner bob nefkara has ended killstreak at six kills ja ihr seht ihr sind voll begeistert dabei ich habe eine neue waffenfall geschaltet und die will ich nochmal ausprobieren 3 alter der über mir ey okay die waffe sieht ziemlich hässlich aus ey mach mal tap guck dir den guck dir mal unseren gruppen wieder an die stats von dem epic brain 631 ba ich habe eine neue waffe freigeschaltet benutzt die jetzt ich habe gerade zwei typis damit erschossen das problem ist die ist echt unpräzise wie heißt die denn das ist äh einer der letzten waffen das ist kann ich gerade nicht sehen wie die heißt denn stormi ja ja alter willst du mich verarschen nein du stirbst jetzt hier nicht danke und wird den nächsten erschossen die super unpräzise macht aber ordentlich schaden alter hier sterben wir doch auf jeden fall guck dir mal an präsentiert tellermäßig wie hier schon sitzen ja guck da hast du von uns auch schon umgeklickt wie eine fliege als den zerballer links 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 von a von links die kommen jetzt ins haus rein guck pass aufs haus auf ich bin im haus ich bin oben ja pass auf der der rennt jetzt links rund ums haus und ist an der fleck ich bin bei dir gefahren ich musste mich gerade verstecken die sind hier unter mir und die haben auch schon granaten geworfen ab zwei links unten da ist er ja damit steht getötet direkt hinter dir lol wie kommt der in unser haus wie kommt ihr da rein ja geil ich finde das schon behindert weiße das ist das hier gespawnt oder was das spawnt einer bei dem ne ich schieße den spawnenden an der hat natürlich seinen spawnschutz für drei sekunden ne den hab ich irgendwie nie den hab ich irgendwie nie diesen spawnschutz ja ich hab das gefühlt auch nie cz heißt das gewehr cz 800 irgendwas ist ne ziemlich lustige waffe total unpräzise wie direkt schießt die aber die ist sau stark seitdem ich auf die äh da rumgestiegen bin ne läuft die ja bei mir so halbwegen ich packe den bitch ja ich probiere halt ein bisschen neue waffen aus nö ich bin vokat alter bin ich direkt tot und der hat keinen schaden genommen will der mich verarschen ich bin unbesiegbar aber mit der waffe habe ich auf jeden fall spaß die waffe ist ganz lustig die ist unpräzise wie dreck aber es macht richtig laune damit rum zu ballern und nein bei unserem scotty das spawn ich einfach nicht weil das selbstmord ist alter du wirst jetzt bestimmt erschossen ja die kommen jetzt hier hinter der mauer hätte das ne minute für sie früher sagen können ich seh die doch die ganze zeit auf der map fack wie die scheiß scharschütze äh shotgun-typ na du bitch ey meiner alter falter ey alter falter granate komm schon mal flieg und töte mal was geht doch ich hab wenigstens was gesoftet aua das hat mich eindeutig auch gesoftet wie gesagt ab und zu mal ein paar waffen ausprobieren heute sind wir mal wieder mit sturm Soldaten waffen unterwegs alter ja ja ich bin direkt mal fast gestorben alter die sniper schießen doch voll hier drauf alter du hast so lack dass du da in der kugel liegst alter ich will hier weg von der seite von der seite granate das überlebe ich das überlebe ich ich hab's überlebt ich hab's auch irgendwie überlebt oh ich bin einfach weg gelaufen obwohl der typ der mich die ganze zeit mit der äh der uns die ganze zeit mit der mod killt ne alter 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 der hat mich schon viermal getötet viermal acht vorteil alter der steht hinter mir wenn ich mir unseren gruppen wieder angucken ne ich spiel eigentlich ganz nice obwohl ich schon die ganze zeit getötet werde ich spiel eigentlich scheiße nicht nur eigentlich ich hab deine ich hab deine gegenstats fast ich hab nen tod mehr dafür du nen killwich nigga ich spawn mal bei dir am haus ich glaub direkt vor ich seh's doch ich seh's doch da sind sie schon ja die sind jetzt unter mir im haus ja ich bin direkt gestorben weil da sind drei stück drei stück direkt unter dir der umrundet das haus von außen ne weißt du was ich gemacht habe ich bin ins andere haus reingesprungen und dann gestorben ja da ist halt da war halt ich drin ich bin halt zum typen ich bin halt zum typen drin ja Ende von dir ich bin gestorben ich bin grad gestorben weil ich bei unserem squad gespawnt tu das nicht die sind alle schlecht 47 alter falter das war einfach nur bar ja da bist du auch tot gott sei dank kann ich bei keinem von euch mehr spawnen das wäre auch peinlich gewesen wieder bei euch zu spawnen guckte mir nen headshot mit der rce 23 mit der ich auch eh so gut boah boah leute ne hätte ich hier ne 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 wie heiße diese scheißländer die so leicht kaputt gehen wir haben gerade eins aufs fiel charlie neutralisieren wir haben gerade eins aufs fiel charlie ich wollte grad sagen hätte ich ne Qcam wir haben gerade die kontrolle über eins aufs fiel charlie übernommen wir sind so offen wir sind so offen wir sind so offen rum wir sind so offen rum wir sind so offen rum die dann hab ich gesehen alter kriegst du nicht getötet kriegst du nicht getötet da ist noch einer hey da ist der hinter mir das kann nicht sein dieser drecks Und ihr wisst Bescheid, Beleidigungen und so. Oh Gott, ey. Naja, wir verlieren gar nicht so haushoch, wie ich gedacht habe. Ja, nicht jeder bei uns ist so kacke wie unser Squad. Ja, aber ich dachte, wir waren ganz haushoch. So wie 600, 400, 4.0. Ach lol, Fred hat mich getötet und ich hab den getötet. Wir haben uns gegenseitig zweimal umgebracht. Bitch, please. Also ich kann bei dir spawnen. Vor dir taucht der Skicklau. Ja, ich bin tot. Das kann ich nicht überleben. Das sind zu viele. Ich bin direkt bei dir gespawnt. Puff, direkt. Ich weiß, da waren vier, fünf Leute und ich auch. Rechts in einem Haus. 18,15. Links von der zweiten Seite. Echt. Und draußen geht bei mir die Luzi ab. Die feiern da, keine Ahnung. Schokolade, Holo-Visier. Das krieg ich als Erweiterung. Unterlaufschiene. Und komm, haust du mal irgendwas drauf. Weil die Waffe dann hübscher aussieht oder so. Alter, ich muss mal direkt hier weg. Bei euch zu spawnen ist wie Selbstmordkommando. Geht du, Alter. Ich bin relativ weit weg vom Gegner. Alter, wollte ich mich verarschen. Da kommen so unglaublich viele da drüben. Da geht einer vor uns. Im Haus. Die Treppen hoch. Ein Gegner, ne? Und die sehen das nicht. War mir zum Glück jetzt noch gekillt, aber... Alter, da sind so viele. Das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Ich hab manchmal echt das Gefühl, die Leute, die haben nicht 100 Leben, sondern 200. Oh ja, da sagst du was. Alter, echt. Man traut sich hier nicht um die Ecke zu gucken, ne? Boah, ich hab die ganze Zeit Angst vorm Headshot. Ey. Ich merke einfach wie... Einfach der Skill, sag ich jetzt mal, ne? Der Skill von Kindern, von der Russen und von den Schnellen, ne? Die sind einfach auf dem ganz anderen Level gerade. Oh, ich hab nen Kopftreffer gemacht. Endlich wieder ein Kill. Alter Falter. Fick dich, ey. Hilfe zählt als Skill und direkt den Nächsten. Boah, endlich treffe ich auch mal was mit der. Und direkt noch ein. Alter, da kommen zu viele. Kannst du voll knicken. Das ist eigentlich grad ganz schön, weil die sich da so richtig schön auftürmen. Ja, ich weiß. Da, wo ich gerade bin, ist das. Ja, ich bin direkt ins Leben, hier. Aber in dem Container drin. Ich hab nen bessere, äh... Ich hab hier ne Kuhle und nen Schutz. Ich weiß. Ich hab auch bessere Sicht auf die. Alter, ich kann's so sehr fliegen als Feuer. Ich auch nicht. Ich weiß, dass vor mir einer... Ne, rechts neben mir. Und da bin ich einfach weggeflogen. Wenn man mit der FZ-Tor-Sagen geschossen wird, dann fliegt man auch weg. Das ist wie mit dem Granatwerfer getroffen zu werden. Ganz klare Geschichte. Die Runde endet jetzt. Und ich glaube, da kommt... Oh, Granate hier reingeflogen. Alter, vor dir. Auf beiden Seiten. Gerade jemand erschossen. Nein, nein. Und hast du den nicht geparkt? Weil es drei Leute waren. Ja, nicht auf der anderen Seite. Ist sogar noch ein Haus eingestürzt. Genau so wie ich. Da vor dem Container. Nein. Bei mir wurde gerade angezeigt, wie viele Leute vor dem Container sind. Waren viele. Okay, Leute. Das war die Samstagsfolge. Wir sehen uns am Sonntag wieder, wenn's wieder heißt. Battlefield 4, ne? Bis morgen. Bis dann. Ciao.